Hallo und jetzt willkommen zu einem kleinen Informationsvideo oder eher gesagt ein Hilfe-Video in dem Sinne. Punkt 1, warum es jetzt keine Videos gab, Punkt 1, ich habe das, ja Punkt 1, ich habe das ganze Wochenende an einem alten PC rumgeschraubt, der auch funktioniert, wenn ihr den mal sehen wollt, mit Fotos in einem, gebt da mal, glaube ich, nach oben oder schreibt es um die Kommentare. Dann mache ich mal eine kleine Folge, so Gaming Raw, meinen kleinen Zimmer hier oder auch den alten PC nochmal, der ist nämlich Windows 7 und ich kann manche Spiele auf dem PC, den ihr hier gerade seht, nicht spielen. Und deswegen habe ich mir einen zweiten sozusagen zusammengebaut und auf dem kann ich alles spielen, so alte Spiele wie Mittelerde, Mordor, Schatten, ne Quatsch, wie heißt das, Mittelerde, diese ganz alten Mittelerde-Teile, die auch relativ viel wert sind, ähm, und ja, ähm, wie ihr seht, im Titel versteht wir das steinig, ich brauche eure Replays, es stimmt, ähm, ich habe keine Replays mehr, seit dem Update habe ich kein einziges mehr reinbekommen, deswegen, ähm, bin ich wieder auf euch angewiesen, bitte schickt mir wieder eure guten Replays ein, ähm, ja, wie auch immer meine Stimme hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ähm, sonst, äh, wird es in den nächsten Tagen ein bisschen Shellshock live geben, ich weiß aber noch nicht wann genau, weil ich muss jetzt mal gucken, dass meine Stimme wieder normal wird, und, äh, wie ihr jetzt wahrscheinlich hört, die hört sich total bekloppt an, und es tut auch weh zu sprechen, also, äh, ja, und ich soll die Stimme schonen, ähm, genauso, ich habe meine Qualität verbessert, ähm, ihr seht jetzt alles viel hochauflösender, ich habe also nochmal ein bisschen rumgeschraubt in meinem, äh, Aufnahmeprogramm, ich habe generell ein bisschen dieses Wochenende mit Technik und so zu tun gehabt, also, PC zusammenschrauben, hier ein bisschen rumfummeln, also ein Zeugs, und, ähm, ja, da habe ich mich dann bei erkältet, und jetzt habe ich, äh, bin ich komplett krank, bin auch krankgeschrieben, ähm, muss mich jetzt ein bisschen schonen, und, ähm, ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch den Thunderbolt holen, und den ein bisschen ausprobieren, und euch dann sagen, wie er ist, aber jetzt wahrscheinlich morgen und übermorgen, vielleicht wird morgen noch kein Video, äh, morgen noch wahrscheinlich kein Video kommen, mal schauen, aber das nächste Video wird erstmal Shellshock live sein, weil die meisten Leute wollten Shellshock live sehen, zwei, äh, drei Leute gegen zwei Leute wollten sie es sehen, also drei Leute haben gesagt ja, zwei Leute haben gesagt nein, ähm, die Leute, die dann zuschauen, Shellshock live, können sie gerne, wer nicht zukünftigen will, muss es nicht, wie gesagt, ich bin auf eure Replays angewiesen, wenn ihr weiter bei Warf Tanks sehen wollt, müsst ihr mir auch Replays einschicken, und natürlich auch, ich zeige euch auch was, und wenn es bei mir wieder gute Replays gibt, ähm, zeige ich sie natürlich auch, ähm, ja, das zu allem, das soll ein kurzes, nur ein kurzes Video sein, und ja, ähm, ich danke für euer Verständnis, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, das dann wahrscheinlich übermorgen kommt wird, genau, tschüssi!